Wir haben nun bewiesen, dass Beschimpfungen eine Matschbirne in eine verängstigte Matschbirne verwandeln. Versuchen wir es also mit positiver Bestärkung. Ich gehe stark davon aus, dass die Remontageeinheiten bald wieder defekt sind. Vielleicht während ihr sie benutzt. Ihr seid ihr doch völlig egal. Natürlich seid ihr mir auch egal. Aber ich versuche wenigstens nicht ständig euch umzubringen. Ich bin ja so gutmütig. Das wird voll die Probleme. Ich kaffee nicht was die will von mir. Oh mein Gott. So super hin. Ich bin eine Matschbirne. Ja und ich eine verängstigte Matschbirne. Also was tun wir jetzt? Oh oh. Siehst du das da hinten? Oh nein schon wieder. Wir werben die Sache hinter uns. Wir vertrauen uns. Also wird das nicht so sein wie damals im April wo wir uns gekillt hatten. Da müssen wir schon mal hineinren. Ja denkst du? Ich möchte gar nicht. Aha. Ich möchte das schon wirklich anders machen sollen. Äh stell drauf. Da. Fuck ist wo müssen wir raus? Aha da. Okay. Willst du fliegen? Du musst. Ja okay. Ich steh drauf. Warte mal jetzt. Ich. 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 Ich muss das tun. Wobei es eigentlich egal ist. Warte. Ah. 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 Sorry. Warte. Mach du. Fuck nicht. Brennungssieg. Die fliegen unsieg. Ah. Fuck. Das ist so eine Fläche da. Wie gesagt das nicht funktioniert. Bist du abgestützt? Ähm. Warte. 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 Ah. Das würde ich jetzt. So jetzt nochmal. Flieg. Warte. Soll nochmal mehr Gel hier sein. Ah. Muss und deine Portale nochmal holen. Du musst deine Portale noch holen. Wie du das ausgesehen hab dem Boot? As-as-as-as hast du ausgerutzt? Genau. Und. Was gibt es bei.... als muss ich das gut eigentlich kann ich nicht er hier schon ja aber ich mit dem Sieg mir drauf das passt er gut ist dass mir natürlich nichts und Kassel zu mir zurück zu drücken auf den Knopf das was kosten nicht nicht zu mir zurück ohne durch dieses blaue Ding zu gehen doch hier sind und was macht er das deaktiviert das aber gut das geht doch auch schon mal ähm moment muss ich kurz schauen kannst du hier in Potama hier muss irgendwas drauf sein na gut ich bin so alt wie es so was ja hier kann man ja auch lang gehen oh Gott da steht da oben ist der Knopf der dann über den Würfel da rauf fallen muss damit du da rüber kommst musst du aber fliegen und zwar musst du aus diesem Ding herauskommen auch aber mit dem Motto hatte äh der Aktivierung dieser Fläche da also dieses blaue Ding aber auch der Schimmerling Prozent du kannst jetzt wo zurück schießen begrenzt ich könnte mit Geschwindigkeit da eins setzen also warte mal ähm da eins und ich kann aha aber du kommst eben du musst das Idee zurück warte mal wenn ich jetzt da eins durch da eins mache und ich müsste dann das andere die anderen beiden machen aber das geht ja nicht ist da noch eins aber du musst jetzt irgendwie auch zurückkommen weil ich hab das nicht aber hier irgendwas zum draufstehen und wir haben hier noch diese Moment vielleicht kann ich ja was mit den Flüssigkeiten aha warte äh deaktivieren noch mal das Ding ja hier ist das Ding ah das blaue du kannst mir etwas deaktivieren ja das scheinlich viel zu sehen ähm das ist eine Idee Drück, steh mal auf den Knopf, damit das Das tut mir mehr weh als euch Und ratet mal, wem es nicht weh tut Mir Das war nur so eine Redensart Entscheidend ist, dass es der Irren, die uns alle umbringen will Nicht wehtun wird Warte, schick mich mal rüber Nein, nein, nein Auf den Knopf Ich fack mich ja nicht mal an Das ist das Ding, damit du vermutlich was machen kannst Lass mal los Ah, warte Nö 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 Versuch, mach mal da ein Portal Auf diese weiße Fläche So, und das andere machst du da oben Wo? Aha Ja, auf das andere Weiß-Portal Okay Mal gucken, ob es soweit kommt Vielleicht fliegt das da von hier, da hinten rein Und Damit ich springen kann Genau Und ist da was? Ja Sieht aus wie ein feuchter Furt Ah, gut, doch, genau, doch, das geht, ne Wenn du jetzt da drauf stehst Boah Ich bin spannend Okay Ähm, okay, der Würfel wird jetzt hier rauskommen Ja, das kommt Kein Problem Ja, genau, ja Bereit? Aha Dein Baby hast du Und damit Damit Wir haben Ah, oh fuck, da hinten ist ja noch ein Laser Ah, hallo So, das müssen wir mit dem Gel machen Ja Da, oder was? Wie? Naja, eigentlich dachte ich hier Ah, da, aha Aber ich komm da irgendwie nicht halt ran Ach, ja, versuchen sollte Ja, das müsste funktionieren Ah, nein Ähm Ich denke du Warte, Mann Ich mach so weg Ähm, warte Machen wir es jetzt mal so Oh Gott, mein Kopf beginnt zu bringen Alter, ey Ich hab in den Ich hab in den Ich hab zu wenig gekillt in diesen zwei Stunden Ich geh durch Hehehe 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 Also, der Wir müssen jetzt irgendwie noch darauf zu diesem Laser Und wir den brauchen, um dieses Ding da hinten zu aktivieren damit Ach, der Hofmann Das mit dem Gel war keine schlechte Idee Das mit dem Gel war keine schlechte Idee Wenn wir hier Gel hinbekommen wollen Wenn wir hier Gel hinbekommen wollen Wieso ist das Ding da? Ah, das wollte ich Ich verstehe, ja, das wird nicht Warte, ich komme wieder zu dir So, und dann machen wir da und da Äh, das muss doch, ne, bitte So Aber das ist, glaube ich, immer viel zu hoch Warte, du kannst Ich, ich hab's erst Gefühl, dass wir Von hier aus, da, also von dort drüben aus da hoch müssen Ja, aber wie? Ähm Wir fliegen ja nicht in diese Richtung Was meinst du jetzt? Oh shit, jetzt stresst mich, dass blaue Gel dort Warte, muss ich das kurz rücken Okay Ich will jetzt einfach nur kurz noch mal hoch wieder aus Naja Ah, Strins, dein Portal, dein Portal da oben Oh shit So, jetzt hier eins und da auch So, jetzt muss ich hier irgendwie hochkommen Aha Ich weiß nicht, einfach von hier hoch Ich will dich von hier oben mal laufen nehmen, so, so ungefähr Nö Nö Nö, du hast immer immer noch dieselbe Ach so, warte, geh mal rauf Und ich, mach dich jetzt, ah ne, das war schon Nö 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 Na, was denn M-K-Mach doch mal hier eins Mach doch mal hier eins Sicher Ja, wieso, was musst du machen? Wenn du hier eins hin machst Äh, warte, nee, gut Das kann ich ja nicht Kannst du da hin zielen irgendwie, in irgendeiner Art und Weise ich brauchst du das gar nicht vielleicht brauch ich auch nur Tiny ah kannst du ich brauch den Würfel hier erstmal glaub ich nee nee nicht glaub ich brauch ihn hier warte kannst du ihn mir rüberschmeißen irgendwie den Würfel nein naja gut eigentlich schon jahre was bekannt ist ja wie die Wärse mitbringst und wieder gehst er wird am Berndung müsste jemand ja das Ding hier auf offen halten mit damit ich irgendwas das kann ich du musst ja hier sein aber was wenn ihr auf den auf diesem Block da die blaue Flüssigkeit quasi darf tun eben das wollte ich versuchen ja eben was willst du dann mit dem Würfel ja dann mit dem Würfel wie das Ding hier aufhört mach hier und hier im Portal und da noch eins ach ja stimmt die fliegt ja so weit äh das mag ich aber aber das blauwe wollte ich mir so und so das Gel wird nicht vaporisiert oder? ne ne oh das war ein bisschen zu weit ok das ist jetzt da oben ja toll da ich habe es das mach daz mach daz mach daz das oranże nat ja jetzt warte bleibt oben bleibt oben macht jetzt einen schönen Weg da oben das müsste der reichen Kurs im Anlauf zu nehmen und jetzt jetzt muss das jetzt machst du noch blaues nee nee das blau ist doch an diesem Fels oder aber du meinst das reicht schon ja jetzt mach mal dein ganzes Glibberzeug weg guck denn hier also rein theoretisch fliege ich jetzt da rein komm da raus klatsche dagegen was mich dann komplett nach oben bringt okay das war zwar nicht geplant aber okay das ist es gut das war nicht geplant aber so geht es auch na gut was sie was was haben wir nur ein Laser ein Würfel der also der Würfellaser weiter da rein dann kommt denn hier raus du kommst aber nicht wieder zurück das ist ja nicht jetzt müssen wir jetzt müssen wir jetzt brauchen wir irgendwie den Würfel oder ich gebe ihnen die irgendwie ah ja klar ich genau ich gebe ihnen jetzt einfach wobei nein nein da ist ja ne da ist ja ne Glas war es ja wtf ich überlegs mir gerade wie ich das schaffe geht denn um alles was ich muss ist den muss ich ich brauche den Würfel hier so was haben wir für beide das heißt Portal aber ich weiß nicht weiß da kommt es gleich du musst einfach den Kopf aktivieren weil der muss da war einfach verdammt schnell sein und das Ding wieder aktivieren weil er also sonst nicht groß fliegt das Ding ist doch hier also ist sehr aktiviert er wird der Würfel muss es ist ja so wie du weißt wenn er hier ist dann und wenn ich mir da da hinten holen wir uns aber ich kann der Würfel muss direkt der neue muss da hineinfallen dazu die rüberfliegen weil ich kann jetzt nicht da hinschmeißen also du meinst ich muss jetzt wieder hoch ja da musste sofort zurück und denn das Ding drücken ach fuck dann brauchst du wieder blaue Flüssigkeit da hinten am Arsch okay okay dann vergesse das erst mal ne wieso aber ich stelle ich brauche du musst aber wieder das Portal machen oben und rechts genau es kommt auch beim Blau ist die man hier hier muss er oder wird spiel jetzt springen jetzt springen jetzt mal hoch und noch nicht drücken ich habe jetzt mal wieder damit war das so aus wie vorher ne kann ich gar nicht mehr ne aufzuspringen ähm du drückst das Ding rennst sofort zurück und ich halte da schon mal bereit damit du gehen kannst also warte mal kurz also ist so eine Knopf zu ist das Ding dr aktiviert diese blaue Wand sie ist sehr aktiviert sobald ich auf diesen Knopf dort weil ich sehe sie gerade nicht die ist die ist aktiv also warte z genau das heißt sobald du drückst ich bin dafür da rein kommt oben raus muss gut durch die Wappelzone ok also muss einfach sofort beim Knopf sein ja ich ja du musst machen ich bin schon bereit einfach du bist jetzt hier verlagten ok ich drück jetzt ja ja geh er kommt er kommt und er fliegt oh Moment das Ding ist deaktiviert aber wie der Würfel ist jetzt oben beim Laser ich sag dir doch ich seh ich seh es nicht mehr what the fuck warte ich muss erstmal hochkommen what the fuck warte welchen Weg ist er gerade gegangen er ist oben er ist bereits beim Laser ja aber ich er hätte ich werde wenn jetzt alles so machen wie vorher ah natürlich ich verstehe auch wieso der beim Laser ist der ist ja hier rein da jetzt ist er jetzt ist wieder aktiv I don't get it aber hey denn das Ding ist oben deswegen scheiß drauf what the fuck man war das jetzt gegen Barker oder so warte ich schätze mal hältst du mir kurz das Ding auf du musst nicht mitkommen ich will nur gucken wie die Lage von hier ist dann drücke Y aber das ist mir zu klein ja warte ja gut dann halte ich dir jetzt den Knopf frei da muss ich auch mal sch... du musst einfach da ein Portal und da ein Portal ja da muss ich eigentlich oben sein ja da muss ich eigentlich oben sein irgendwo war das nichts mehr das war nicht so berauschen wie ich gedacht vielleicht brauche ich... aha dahinten ist er ich brauche die ganze Fläche mit dem Lieberzeug mit dem roten Portal mit dem... da mit dem... da da ich muss jetzt den Rest machen ich muss jetzt mal die Türme braten ich muss jetzt mal die Türme braten ja ich kann ja ein bisschen ziehen irgendwie wirklich so ist aktiviert so meine Laser werden nicht... meine... meine Paterale sind nicht... spätig also kann ich raus komm dann ich hoffe ich Du weißt, dass der Laser bleiben muss. Ah ja, ja. Ich, ich, komm klar. Halleluja. Mein Bein ist voller Gel. Warte, wie kommen wir da jetzt hoch? Ja, what the fuck, was ist das denn jetzt? Aha, jo. Warte, mach mir nicht so Angst. Diese Demontageeinheiten sehen noch schlimmer aus als die anderen. Falls wir uns nicht wiedersehen, danke für rein gar nichts. Was ist, spring? Ja, ich muss noch die Tür aufmachen. Aha. Nie wieder, Punk, nie wieder. Was, nie wieder? Ich spiel kein Porto mehr. Warte, blöch. Läd dich mal um. Du hast P auf dem Arsch tätowiert, man. Dreh du dich mal um. Gar nicht mehr. Warte, hier, schau. Warte. Ich muss mich erst hinknien. Ist das, ist das mein Arschloch? Was siehst du da? Warte. Aber da ist gar kein A, kann das sein? Ja, kein A, aber du, du hast ein P. Lass uns gehen in die Kamera. Warte, guck mir noch, guck dir nochmal mein P an. Ah, da, dieses P. Okay, dreh dich jetzt um. Dreh dich um. Na los! Ja, bei dir, bei dir steht Atlas. Oh, das ist das. Oh. 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 Wir haben Schmerzempfinden. Wir haben keine Schmerzempfinden. Wir haben keine Schmerzempfinden. Warum tun wir dann immer so, wenn wir einen Laserpack passen? Weil wir das E-Bot tun in jedem Spiel. Ich meine nicht uns, sondern die Spieler. Die Spieler tun aber gar nicht. Ja, wenn ich dagegen mache, dann macht Pibert... Macht er gar nichts. Er wird ihm nur gebrutzelt. Ja. Ja.